Ich war heute morgen am Schillerhaus und da habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass irgendwelche Toys schon wieder ihren Namen an die Fenster geteckt haben. Das hat sich irgendwie richtig abgefuckt und per Zufall bin ich dann hinterher hier lang gelaufen. Und ihr hört, im Hintergrund ist es Street. Und da fiel mir nämlich wieder ein, dass Street Art ja eigentlich eine geile Sache sein kann. Und deswegen dachte ich, ich mache jetzt hier nochmal einen kleinen Spaziergang und gucke mal, was hier so in Weimar los ist. Vor allem in Richtung Goethe, Schiller, Weimarer Klasse. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.